ECHO TANGU SULU 4-2, hier spricht Commander Falkenauge. Bestätigen Sie Ihre Position. Over. Commander Falkenauge, hier ist Mechpilot Stahlfaust. Position bestätigt, ich befinde mich in Sektor 42, nord-nordöstlich von Neu-Essen. Over. Achtung Stahlfaust, wir haben Berichte über eine Sichtung eines Aliens der Demon Klasse 2 in Ihrem Sektor. Halten Sie die Augen offen. Over. Verstanden, Commander. Ich habe visuellen Kontakt. Das Ziel befindet sich direkt vor mir. Es sieht aus wie... Es ist definitiv ein Demon Klasse 2. Bereite mich auf den Angriff vor. Over. Vorsicht Stahlfaust, Demon Klasse 2 sind für Ihre Täuschungsmanöver bekannt. Vertrauen Sie nicht nur auf Ihre Sensoren. Nutzen Sie alle verfügbaren Mittel, um das Ziel zu bestätigen. Over. Bestätigt, Commander. Ich aktiviere jetzt das optische Tracking. Das Ziel ist erfasst. Starter Angriffssequenz. Treffer bestätigt, Commander. Das Ziel ist neutralisiert. Keine weiteren Bedrohungen im Sichtbereich. Ich kehre zur Basis zurück. Over. Exzellente Arbeit, Stahlfaust. Rückkehr zur Basis genehmigt. Wir bereiten den Empfang vor. Faltenauge Ende.